Die Corona-Ampel von Gesundheitsminister Anschober ist wahrlich eine schwere Geburt. Noch bevor sie am kommenden Freitag in Betrieb gehen soll, gibt es dabei mehr Ungereimtheiten als ohne Ampelregelung zuvor. Kurz noch einmal erklärt, die Corona-Ampel hat vier Farben. Grün, Gelb, Orange und Rot. Es ist wichtig zu wissen, dass eine rote Ampel aber nicht gleich ein Lockdown bedeutet. Außerdem dürften sich die Bundesländer verschiedene Regelungen der Bewertung ausgemacht haben. So hat Wien scheinbar durchgesetzt, dass die einzelnen Wiener Bezirke nicht einzeln gelistet werden. In Tirol und Vorarlberg hat sich durchgesetzt, dass es nicht um politische Bezirke, sondern um Regionen, respektive Täler geht. In der letzten Sitzung haben zudem Oberösterreich, Tirol, Salzburg und Wien eine Grünschaltung durchgesetzt. Sie hätten in einzelnen Bezirken oder als Ganzes auf Gelb oder Orange geschaltet werden müssen. Bis Donnerstag müssen sich jetzt alle auf klare Kriterien betreffend Neuinfektionen, Spitalsbelegungen, Tests sowie entsprechende Maßnahmen einigen. Am Freitag soll der Leitfaden dann veröffentlicht werden und künftig wird jeden Freitag die Ampel neu adaptiert und mit möglicherweise neuen Maßnahmen adaptiert werden. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hat übrigens eine eigene Ampel für seine Schulen. Ganz so klar ist es also noch nicht, wie genau diese Ampelschaltungen wirklich sein werden. Aber die Corona-Kommission, wo nur fünf medizinische Experten und sonst nur politische Vertreter von Bund und Ländern sitzen, werden bis Freitag bestimmt eine Lösung finden.